Hallo und herzlich willkommen zurück bei Roach Legacy Oder wenn es das jetzt nicht mit aufgenommen hat, was passieren könnte Weil Open Broadcaster ist ja immer so ein bisschen, naja Herzlich willkommen bei Roach Legacy Open Broadcaster ist echt manchmal ein bisschen buggy, aber naja Gut, ich streame gerade auch noch auf Twitch, damit Phipps das auch noch verfolgen kann Phipps, du bist im Channel Ja Ich habe mir gedacht, ich habe eh Langeweile Genau Und ja, du müsstest das dann gleich sehen, ich warte so lange Hm, ich sehs, ich sehs Lags oder gehts oder? Hm, ein bisschen lags, aber ich kann ja mal Steam schließen, vielleicht bringt das was Ich könnte halt mit weniger Qualität streamen, aber ich weiß irgendwie nicht Wie man bei Twitch so zweierlei Codierungen einstellt, keine Ahnung Mal gucken, ich konnte es nur mal so nebenbei machen Ähm Ne, ich habe 720p, also das ist gut 30 FPS Ja Ich habe sogar das mit dem neuen Twitch Key hingekriegt, also das ist der Wahnsinn Ich fange einfach mal an und du kommst dann dazu so, weißt du so, verstehst du so? Naja Ich werde schon sehen, was du meins tust So, wir gehen ins Schloss Ach ne Quatsch Oh Gott, wir haben ja nur 910 Gold Die muss ich erstmal investieren hier Äh, Roadstack ist hier halt so ein Game Äh, kann beraten gleich Du gehst in Night's World Oh, das war dämlich Oder war das dämlich? Ah ne Oder doch, man weiß es nicht Wieso könnte ich das denn? Ähm, okay Egal Ähm, Roadstack ist hier halt so ein Game, äh Im Prinzip Du kannst halt verschiedene Ritter auswählen Äh, immer so 3 in einer Familie Die wählst du dann aus Dann kannst du die jeweils upgraden am Anfang einer Runde Von dem Gold, das du dir in der vorigen Runde geholt hast Und äh, nach jedem Upgrade und das ganze Also da gibt es dann so ein Das nennt sich Manor Da kannst du halt deine Sachen verzaubern oder neue Rüstungen kaufen oder so Und äh, jedes Mal wenn du in das Schloss neu reingehst und ein neues Gold zu holen Wird halt dein Goldstand resettet Da steht dann vor der Tür so ein Türsteher So eine Art Türsteher Und zieht halt dein ganzes Gold ab Äh, ja Okay Der Kann das halt Was macht der? Na gut, jetzt haben wir nur noch 10 Gold Ja, und äh, da steht dann halt so ein Türsteher Den siehst du dann vielleicht auch gleich Und der zieht dir dein ganzes Gold ab Und dann geht's wieder von vorne los Und heute lagts auch nicht mal Okay Ich glaub mein PC ist inbar geworden Okay Jetzt in Castle Hampson Oh Ja Ja Ja, Rollstack ist die hast du ja vielleicht schon auf dem Kanal gesehen, ich weiß es ja nicht Und Also das ist ganz cool Das ist ganz cool Ich glaub das ist sowas Was ich nicht spielen würde Ja gut, das ist halt jedem selbst überlassen Aber ich find das ganz cool Ich mag solche Games irgendwie Ja Ja Au Das Und die Bilder werden teilweise lebendig Das ist ja auch nicht so schön Das Bildwerk geht auch mal Defeat all enemies Fairy chest objective Fresse man What the Das ist doch nicht normal dieser Raum Wer weiß, wer weiß What the hell Scheisse man I'm dying Hier Okay Der Typ ist runter gefallen Das gefällt mir mal ganz gut Nein Ja Okay, ich bin tot Scheisse Das war eine schnelle Runde Ja, das war eine schnelle Runde Siehst du es mittlerweile? Ja So ein Immer noch teils lagend Legend Aber Legend Legends Legend Ja Tourette Oder Gay Oder Stereo blind Gibt's Twitch oder so Eventuell als App Oder Keine Ahnung Twitch gibt's auch als App, ja Ich glaub auf der App würde das flüssiger bei mir laufen Keine Ahnung Keine Ahnung Lady Lisa 2 sind bei dem Gay Und äh Trade Gay You're fabulous Das, das, das finde ich Alter what the fuck man Äh, mein Handy geht grad überhaupt nicht ab Ich hab grad keine Ahnung was da abgeht man Was? Was zur Hölle? Mann Scheisse geil Alter Alter Ich Das ging ja mal übel jetzt ab Jetzt guck ich mal viel Ah warte ich wollt grad gucken was das macht Das waren so viele Scheisse Das waren so viele Nachrichten, dass sie mir nicht mal angezeigt werden, Alter Plus Scheisse 5 Critical Chanks Oh geil Chance 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 Hm Nun ja Ja Ja, also wie gesagt Twitch gibt's auch jetzt ab da Kannst du mal Glutzen Du brauchst echt besseres Internet Oder eine WG mit besserem Internet, whatever Hm Und ich bin halt mittlerweile schon relativ ges... naja, geskill will ich jetzt mal nicht sagen Ich, ich kann das Spiel, weil ich hab auch nur... Nein, ich bin durch die Upgrades, natürlich wird man dann auch stärker irgendwann, weißt du Und macht mehr Schaden und nimmt weniger Schaden und ja Und so, hier ist er Ups What the... fuck Alter Und ich hasse diese Geister Diese Geister sind so scheiße, ich hasse Geister Ich hab alles vor Geister Okay, das macht das So Oh Ich rage hier durch Ich Geht erstaunlich gut gerade Wo ich's eigentlich mache, wie man's nicht machen sollte Boah Wupp 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 Wuppa Gangnam Style Ich hab äh, heute mal die South Park Folge gesehen Wo sie alle Gangnam Style noch gemacht haben Äh, an Nightmare und Facetime ist die glaube ich Und das ist jetzt in Deutsch Oh cool, hier kann man Messer werfen Ich guck... So fuck, war gar nicht mehr so oft Nicht? Das was ich grad guck, ist ähm... Drawn Together und so Oh, Drawn Together ist auch geil Auf Wiedersehen Ja, seitdem ist die M's Ja, seitdem es die M's ist... Ich hab den, ich hab den Sinn Ja, und red weiter Seitdem es MTV ja nicht mehr gibt Ja Nein Nein Noch gibt's ja noch, aber nur als äh... Ja, aber... Dinge Ist doch scheiße Ja, das stimmt Ja, das stimmt Mann Ich sehe das eher so wie... Nein, Mann Scheiße Warte, den Namen will ich irgendwie nicht sagen Wie... LTR sagen müssen So Naja, wohl egal Ein bisschen gut Achten müssen Äh, LTR? Ja Ja, ich hab's extra... Falsch ausgesprochen Achso Du weißt aber, was ich meine Ja, okay Ja Jeder weiß, was du jetzt meinst Ich hab nur einen Moment gebraucht Es ist spät Ein bisschen Ein Uhr In der Früh Ist echt schon ein Uhr? Alter, eben war's noch um 12 Ja Wir haben Castle Crashers grad aufgenommen Ja, wir haben grad noch Castle Crashers bis zum Ende aufgenommen Also, na gut Wenn die diese Folge jetzt rauskommt, dann wisst ihr schon Bescheid Wir haben schon Etwas im Voraus aufgenommen Oh, fuck Ich hab so viele Folgen jetzt auf meiner Festplatte, die noch nicht hochgeladen sind Aber ich bin dann immer so unmotiviert Und... Weil ich muss aber die ganzen Folgentitel und das ganze schreiben Hm Na, müssen wir mal gucken Ich find's ja grad irgendwie kack Aber auf der Twitch-App kann man keine Channel suchen Ja, das ist mir auch aufgefallen Wie soll ich dich jetzt finden? Weiß ich nicht Ich äh... Keine Ahnung Geh doch mal im Browser auf Twitch.tv slash 3iPay und dann kannst du vielleicht die App auswählen Hm, stimmt Falls du Android hast Stimmt Ne Natürlich Ich hole mir doch kein IOS IOS Für den Mann von morgen Oder von gestern Whatever Für Leute, die zugegeben haben Ich hasse diese... Ich hasse diese Geister Oh mein Gott Alter, wie viel... Wie viel denn noch? Nein, Mann, ich... Oh, ich bin tot Schon wieder Aber ich nehme deutlich mehr Schaden Ich sterbe Und ich hab echt viele Gegner platt gemacht Na ja gut So, Barbarian Queen Eine Walking Tank Eine Walking Tank Eine Zero kann einen Spatial... Barbarian Shout Ich kanns nicht auswählen Ich kanns nicht auswählen Not Twitch ist ja scheiß Nein, natürlich nicht Ich würde niemals was gegen Twitch Schwich sagen So Machen wir mal Attack Up Attack Up ist immer gut Dann kann ich dir nicht helfen junger Padawan Ähm... Ich glaub mir ist auch nicht mehr zu helfen Ja, das ist außerdem aber Oh, das ist schon wieder Castle Hemsen Ich bin ja dann, äh... Am 27. kommt ja die Vollversion raus Äh... Da bin ich ja echt mal gespannt Ähm... Ja, was sonst... In der Vollversion noch so... Ich glaube da gibt's echt mehr Schlösser Da bin ich echt mal gespannt Was es da so Neues gibt Und ich glaube... Roach Legacy ist auch so ein Let's Play Wovor man... Sehr viele Folgen machen kann Das ist genau so wie The Binding of Isaac Da wird ja... Wären ja auch noch ein paar Folgen kommen Irgendwie Take It Ja... Also Take It ist ja auch so eine Sache für sich Aua Müssen wir auch mal wieder aufnehmen Echt wahr? Ja... Take It jetzt... Ich hab mir doch voll Bock auf Take It irgendwie Haben wir doch letzten Zeit Ja, aber ich hab... Da voll Bock drauf in der letzten Zeit Ne, ich glaub das, danke Wenn du so richtig Bock da drauf hast Dann schaffst du auch richtig was, weißt du Ich will ja auch diese... Äh... Lava Dingens noch bauen Alles... äh... Gibt's das Aber das darf ich ja jetzt noch nicht spoilern Weil... Wir haben ja so viel im Voraus aufgenommen Tja... Ficken Deswegen ich darf nicht so viel spoilern Alter diese... What the fuck? Scheiße ey... Oh, 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 oh... Ach da kommt die nicht durch, durch die Wände Okay... Aber durch die dünne Wände kommen sie oder was? Unlogisch... Unlogisch LP So... So... Ja... Ähm... Wir sind auch schon wieder bei 12 Minuten Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal sterbe, ist es... Vorbei! Für diese Folge! Und wie ich das sehe, ist das gleich Oh mein Gott! Was ist da los? Sag ich's nicht... Es ist vorbei Gut... Das war nicht mit Absicht Gut... Gut, wir sehen uns... Ähm... Nächste Folge wieder Bis dahin! Euer RealPay In Ehren! Tschüss! Sag jetzt noch irgendwas... Weißt du... Du musst immer was episches zum Folgenende sagen Weil sonst... Achso... Ja das ist so... Mir fällt immer nichts episches sein Sag doch einfach episch! Episch! Heidi Ho! Heidi Ho, Freunde! Mr. Hangy! Oh ja! Okay! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!